An Brasilien habe ich nicht gleich als erstes Land gedacht, wenn mich Kunden gefragt haben, in welche Länder sie denn vielleicht internationalisieren können. Da denkt man erst an Europa, da denkt man an China, aber in Brasilien denkt man da sicher nicht. Warum das ein Riesenfehler ist, das erklärt heute Florian. Er hilft mit seiner Agentur internationalen Marken nach Brasilien zu kommen. Und wir reden einerseits darüber, was für ein unglaublich spannender Markt Brasilien ist, wie du da hinkommst, welche Pitfalls es da gibt und welche Dinge du da unbedingt vermeiden musst. Und auch warum Brasilien sich unglaublich gut für Influencer-Marketing eignet und warum die Preise dort deutlich geringer sind. Viel Spaß! Ja und bei mir ist heute mein Namensvetter. Hallo Florian, tudo bem? Hi Florian, schön hier zu sein. Jetzt hast du gar nicht auf meinem schönen Portugiesisch, du sprichst doch Portugiesisch, oder? Ein bisschen. Ich muss dir sagen, wir sprechen in der Firma hauptsächlich Englisch. Mit den Brasilianern sprechen wir dann natürlich Portugiesisch. Aber nicht, dass du mich jetzt da auf dem falschen Fuß erwischst. Ich versuche es zu lernen, aber lass uns da lieber nicht auf Portugiesisch reden. Hast du ja meinen portugiesischen Versuch gar nicht mitbekommen. Ich dachte, weil du so viel in Brasilien hörst, dass das auch fließend im Portugiesisch klappt. Aber wir nehmen den Podcast sowieso besser auf Deutsch auf. Ich glaube, der Hörer, das hast du lieber. Florian, bevor wir einsteigen, erzähl doch noch mal ganz kurz ein paar Worte zu dir. Ja, vielen Dank. Also wir kommen ursprünglich aus Deutschland und sind jetzt aber hauptsächlich in Brasilien tätig. Es kommt daher, also Bold Creators Club wurde aus einer Fantasy-Football-App heraus gegründet. Wir hatten sehr viel Erfolg mit Influencer-Marketing in Europa. Irgendwann wurden die Preise dann sehr hoch. Dann haben wir uns auch mal in Lateinamerika umgeschaut und haben gesehen, dass dort zu der Zeit, 17, 18, die ganze Infrastruktur noch nicht so da war. Und haben das dann mit aufgebaut und sind jetzt tätig für Marken wie TikTok, für AliExpress, für Ford haben wir einige Sachen gemacht. Und alles mit brasilianischen Influencern, weil der Markt gerade extrem am Boomen ist. Okay, okay, krass. Was ist denn eine Fantasy-Football-App? Das ist ein bisschen so wie Comunio kennst du vielleicht oder Kickbase. Also das ist ein Fußballmanager, der, da stellst du Spiele auf während der Woche und wenn die dann am Wochenende gut performen, dann kriegst du Punkte. Okay, verstehe. Das heißt, das Fantasy-Teil ist, dass ich da quasi virtuell spiele. Genau. Und nicht irgendwie Wetten auf echte Sportspiele mache oder sowas, sondern wir spielen virtuell. Okay, verstehe. Genau, genau. Okay, spannend. Und irgendwann ist da der CPA zu hoch geworden und dann habt ihr euch mal umgeschaut und gesagt, Brasilien, das sieht interessant aus. Ja, das war eine super Opportunity. Und ja, ich habe jetzt auch gar nichts mehr mit Fantasy-Football zu tun, sondern wir kümmern uns einfach um die Influencer. Und es macht extrem Spaß. Manchmal sind sie ein bisschen chaotisch, die Brasilianer. Also wir machen es so, wir haben drei Klassen an Influencern sozusagen. Also um die einen, da kümmern wir uns sozusagen rund um die Uhr. Da kommt es dann auch schon mal vor, dass sie irgendwie um vier Uhr morgens anrufen und sagen, der Flug ist gecancelt, kannst du da was regeln? Und ja, die zweite Gruppe sozusagen, das sind die, um deren Business-Development wir uns kümmern, dass sie so Partnerschaften haben mit AliExpress und so weiter. Und mit den Dritten haben wir gar keine exklusiven Verträge. Die holen wir ab und zu dazu, wenn wir glauben, dass das Projekt gut ist. Und ja, ansonsten sind die aber sozusagen Free Agents. Okay, okay, cool. Und du hast jetzt im Vorgespräch gesagt, du sagst, erst mal in Brasilien ist die E-Commerce-Welt fünf Jahre zurück. Was meinst du denn genau damit? Ja, das war ja ursprünglich auch der Grund, weshalb wir nach Brasilien wollten, weil wir einfach gesehen haben, dass in Deutschland der Influencer-Markt schon relativ mature ist, ist aber ja auch so bei anderen Sachen, was E-Commerce angeht, SEO, Google Ads, wenn ich da manchmal die Beiträge sehe auf LinkedIn, sind ganz schön hoch. Und in Brasilien ist es zu der Zeit so gewesen, dass E-Commerce noch sehr niedrig war, aber auch die Leute, die die Access zu E-Commerce haben, war noch sehr niedrig. Also ein paar Zahlen zu nennen. In Brasilien hat es 210 Millionen Einwohner ungefähr. Und vor fünf Jahren hatten ungefähr 70 Millionen Leute überhaupt ein Smartphone. Das ist jetzt rapide gewachsen. Jetzt haben es ungefähr 100 Millionen, ist aber immer noch weniger als 50 Prozent. In den USA haben 80 Prozent der Leute ein Smartphone. Und ja, aufgrund von diesen Sachen wächst auch E-Commerce so stark, weil die Firmen sich erst nach und nach ins Internet trauen sozusagen. Also ich kann dir ein Beispiel nehmen. Da beraten wir gerade ein Möbelhaus, Marabras heißen die. Die sind ein riesen Möbelhaus, haben knapp 150 Stores überall in Brasilien. Ikea hat 50 Stores in Deutschland zum Beispiel. Also sind schon wirklich groß. Und die haben E-Commerce aber noch nicht so wirklich entwickelt und kriegen extrem wenig Sales über E-Commerce und glauben auch, dass ihre Marke noch nicht so für die Gen Z bereit sind. Und deshalb helfen wir denen mit Influencer-Marketing, weil es ansonsten eben total schwierig ist, die Leute zu konvinzen, dass es nicht nur offline eine alte, gute Brand ist, sondern dass es vor allem auch eine hippe Brand ist. Es klingt halt wirklich wie E-Commerce in Deutschland vor irgendwie fünf Jahren, wo da gerade der Wandel in Gang war zu offline, zu online. Heute erwartet man das einfach viel, viel mehr, als das noch vor fünf Jahren der Fall war. Das ist natürlich spannend. Kannst du denn irgendwie viele von deinen Erfahrungen, die du jetzt in Deutschland gesammelt hast, also kann man wirklich einfach sagen, jetzt ist man in Brasilien einfach fünf Jahre voraus und rennt da so durch? So einfach ist es nicht, aber es ist schon so, dass wir sehr, sehr viel da adaptieren, was wir in Deutschland gesehen haben. Also wenn wir mal bei Marabras bleiben, da planen wir jetzt so ein Influencer-Haus zu machen. Ich habe gesehen, dass das in Deutschland war das ja, ich glaube, irgendwie so YouTuber mit Revue und so weiter, die haben da irgendwie vor gefühlt zehn Jahren so ein YouTube-Haus gemacht. Und wir wollen das jetzt mit einem Partner in Brasilien so ein bisschen hochziehen, was sich natürlich anbietet. Also Marabras hat einen geilen Kundenservice, die liefern die Produkte total schnell. Und dann machen wir es so, dass wir die Influencer, die Follower abstimmen lassen, welche Produkte sie gerne haben wollen. Richten wir da so ein Haus richtig cool ein mit einer Gaming-Ecke. Dann holen wir ein paar Koch-Influencer dazu und dann kreieren die da Content. Und jedes Möbelsteck, das man sieht, ist von Marabras. Also insofern, das Konzept, das gibt es schon länger, aber man muss es natürlich trotzdem übersetzen auf den brasilianischen Markt und auf die Kunden. Also es entwickelt sich jetzt nicht von allein, aber es stimmt, wer die Amis verfolgt, wer Europa verfolgt, der hat auf jeden Fall einen großen Vorteil. Und das nicht nur bei TikTok, nicht nur bei Influencern, sondern auch was solche Themen wie SEO angeht. Also ich bin jetzt kein SEO-Experte, aber wir sind trotzdem stärker als viele Agenturen aus Brasilien, was SEO in Brasilien angeht. Spannend. Heißt das denn, ich kann jetzt wirklich einfach aus Shop-Sicht, gehe ich einfach nach Brasilien? Also würdest du das sagen? Würdest du eigentlich gehen pauschal nach Brasilien, da rennst du gerade offene Türen ein? Also pass auf, ich würde ein bisschen unterscheiden, was dein Produkt ist. Wenn es ein digitales Produkt ist, dann würde ich sagen, schau auf jeden Fall mal nach Brasilien. Also das sieht man ja auch an den Apps. Wir haben Apps aus der ganzen Welt, chinesische Apps, indonesische Apps, amerikanische Apps, die wir nach Brasilien bringen. Bei physischen Produkten ist es deutlich schwieriger. Also sagen wir mal, ich sehe gerade deine Kopfhörer, ich weiß, die sind von Apple, aber stell dir mal vor, du hättest sie gemacht und willst sie nach Brasilien schicken. Da ist es erstmal so, dass das Shippement relativ lang dauert von Brasilien nach Brasilien. Also sprich, es sind einige Tage bis einige Wochen, die das dauern kann. Das ist schon mal schwierig. Dann ist es gerade für physische Produkte extrem wichtig, dass du einen sehr guten Kundenservice hast. Also sprich, auch da brauchst du jemanden aus Brasilien, der sich darum kümmert. Dann ist es noch so, dass Steuern für ausländische Güter relativ hoch sind, weil Brasilien politisch gesehen recht protektionistisch ist. Und dann, was auch ein Problem bei uns ab und zu ist, ist eine sehr volatile Währung. Also du musst dann natürlich Preise in brasilianischen Reis angeben. Und ja, das kann schon mal in einem Monat 20 Prozent schwanken. Und ich kann dir sagen, also die Firmen bezahlen uns natürlich einen US-Dollar oder Euro. Und da hatte ich manchmal schon ein bisschen Angst um unsere Marge. Ja, also das glaube ich jetzt 20 Prozent schwanken in einer Währung. Das ist ja was, was man Europa sich überhaupt gar nicht vorstellen kann in den USA. Ich sage mal in der ganzen westlichen Welt eigentlich nicht. Das ist ja auch was, mit dem man überhaupt nicht rechnet. Aber so wie du das jetzt gerade gesagt hast, klingt das total unattraktiv. Warum sollte ich denn nach Brasilien gehen? Na ja, guck mal. Also wenn du eine App hast, fallen ja sehr viele Sachen schon mal weg. Also du hast nicht die Probleme mit den Steuern erstmal. Dann hast du nicht die Probleme mit Shipment. Dann ist es so, dass du auch den Kundenservice, weniger Leute beschweren sich bei einer App, als wenn jetzt deine Kopfhörer defekt sind. Was gut mal passieren kann, wenn sie drei Wochen unterwegs sind. Also das alles ist deutlich, deutlich einfacher. Und deshalb bringen wir extrem viele Game-Hersteller nach Brasilien. Wir haben zum Beispiel jetzt eine große Kampagne gemacht für Mobile Legends. Wir haben Tencent als wichtigen Kunden aus Asien. Wir haben NetEase aus China als sehr wichtigen Kunden. Wir haben extrem viel mit Social-Media-Apps gemacht. Also ich habe dir im Vorhinein schon gesagt, dass das ByteDance da total wichtig ist. Und was interessant ist, also TikTok kennt natürlich jeder. Mit denen haben wir auch eine große Kampagne gemacht. Aber vor allem probieren die total viel Social-Media-Apps aus, die man hier noch gar nicht kennt. Also sowas wie Hilo zum Beispiel, wird ja nichts sagen, ist in Europa und in den USA noch gar nicht gelauncht. Das liegt daran, dass die chinesischen Firmen die Produkte oder die Apps zuerst mal in China testen. Dann gehen sie nach Indonesien. Nach Indien können sie nicht mehr, wegen politischen Sachen. Und dann probieren sie den ersten fremden Markt in Anführungszeichen aus. Und das ist in der Regel Brasilien. Weil extrem groß und schon relativ nah dran an der westlichen Kultur. Und dann schauen sie, wie es in Brasilien läuft. Und dann gehen sie in die USA oder nach Europa. Also in diese sehr gesättigten Märkte dann. Und deshalb haben wir extrem viele chinesische Kunden. Und ich habe es ja schon gesagt, das ist auch der Grund, wieso ich in Deutschland sitze und nicht in Sao Paulo. Weil wir irgendwie mit den Chinesen reden müssen. Und wenn es in China 6 Uhr abends ist, ist es in Brasilien im Zweifel 6 Uhr morgens. Das ist ein bisschen schwierig. Ich bin ein Morgenmensch, aber das ist dann doch sehr früh. Also für mich wäre es unmöglich. Ich bin ein Nachtmensch. Aber okay, also das leuchtet mir alles ein. Und so wie du gesagt hast, dort die Inflation ist weit zurück. Das heißt auch die CPAs, CPMs sind wahrscheinlich verhältnismäßig niedrig. Das war ja auch der Hauptgrund, warum ihr da hingegangen seid. Jetzt sagst du aber, für physische Produkte ist das Ganze schwierig. Trotzdem sind wir hier ein E-Commerce-Podcast. Und würdest du, du hast im Vorgespräch gesagt, ja, unter bestimmten Bedingungen, würdest du deinen Shops raten, auch wirklich mit physischen Produkten nach Brasilien zu gehen? Und wie würden sie es richtig machen? Also was müsste ein Shop überhaupt mitbringen, damit du sagst, ja, das Produkt würde in Brasilien funktionieren? Und wie würde es dann möglichst clever angehen, dann auch in Brasilien Fuß zu fassen und dort zum Beispiel von den günstigsten CPMs und CPAs zu profitieren? Ja, also, sagen wir mal, deine Kopfhörerfirma, die wir jetzt da fiktiv nehmen, die, wenn sie jetzt noch ganz im Anfangsstadium ist, dann würde ich es dir nicht raten, weil es ein bisschen zu kompliziert ist. Wenn du jetzt ein bisschen mehr Geld hast, dann würde ich dir raten, dass du Kontakt mit uns aufnimmst und wir sorgen dann dafür, dass du so ein kleines Warehouse in Brasilien bekommst. Dann ist es nämlich schon mal deutlich einfacher, weil dann hast du nicht mehr diesen Protektionismus als Problem. Du hast deutlich schnellere Lieferzeiten in Brasilien selber. Da kriegst du das nämlich auch in ein paar Tagen geliefert. Und dann hast du ja auch schon ein paar Leute in Brasilien, die für dich arbeiten können, die Customer Support und sowas übernehmen können. Und ja, dann fallen viele Sachen schon mal weg. Die Arbeitslohnkosten sind auch deutlich geringer in Brasilien. Wenn du jetzt trotzdem eine relativ kleine Firma bist und aber sagst, ey Brasilien, das hört sich so spannend an, lass mich das mal probieren, dann würde ich dir raten, über sowas wie AliExpress zu gehen. Da kaufen die Brasilianer sehr gern einen darüber, weil du diese Customer Protection hast. Das heißt, wenn ein Produkt weg ist, dann hat Ali Baba oder AliExpress da, glaube ich, irgendeine Versicherung oder sowas. Und das heißt, du hast viel mehr Vertrauen schon mal vom Kunden und auch die Zahlungsmethoden sind einfacher. Ist nämlich noch so ein Ding, wo man merkt, dass Brasilien ein Entwicklungsland ist. Also Paypal zum Beispiel wird relativ selten genutzt. Kreditkarten werden ungefähr, also 75 Prozent der Leute haben ungefähr eine Kreditkarte. Da ist aber das Problem, dass die teilweise national begrenzt sind. Das heißt, du kannst nicht unbedingt eine deutsche Bank transferieren mit einer brasilianischen Kreditkarte. Es lockert sich jetzt alles auf. Du hast extrem viel Fintechs in Sao Paulo, die sich dem Problem annehmen. Aber für den Anfang, um das mal zu testen, wäre es, glaube ich, ganz smart, über AliExpress zu gehen, über Amazon zu gehen, über Americanas. Das ist sozusagen das brasilianische Äquivalent zu AliExpress. Aber also die drei, die helfen dir da auf jeden Fall zum Ausprobieren. Und wenn es gut läuft, dann würde ich mir ein Warehouse holen in Brasilien, ein bisschen Warehouse-Space und von dort aus dann versenden. Okay, also das heißt, du sagst Marketplace, wie stark ist Amazon in Brasilien? Amazon ist sehr stark. Also Amazon und AliExpress. AliExpress ist deutlich stärker als in Deutschland. Das sind schon die zwei Giganten. Und lokaler Player ist noch Americanas. Ich muss die ein bisschen hier platzieren, weil wir haben einen Influencer, der das Brandface ist für Americanas. Ich höre schon so durch, du platzierst gerne. Aber das macht ja auch Sinn. Also was ich raushöre ist, sich einen Partner dort zu suchen, zum Beispiel euch, aber auch jemanden anderem, der da vor Ort eine Base hat, der sich vor Ort auskennt. Dann mit einem Marketplace zu testen, um zu schauen, ob das Produkt dort ankommt. Wie ist das denn? Schicke ich meine Ware denn da im Bulk hin und die nehmen den Versand vor Ort denn? Also sowas wie AliExpress oder Amazon macht das ja auch. Ist das wie in Europa, dass man dort das Verfilmung bei Amazon hat? Oder wie würde ich da in dem Fall vorgehen? Das kann ich dir ehrlicherweise gar nicht genau sagen, weil wir also in E-Commerce selbst, so tief stecken wir da gar nicht drin. Wir beraten dann eher die Leute in einer Go-to-Market-Strategie und Marketing dann im Endeffekt. Weiß ich nicht, kann ich aber mal fragen in Sao Paulo und dann können wir es in die Show Notes packen oder sowas. Sehr gerne, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Okay, ist das denn so, dass die Steuern nicht fällig werden, wenn ich dort einen ganzen Container hinschicke? Also fallen diese Steuern nur auch quasi an, wenn ich das an Endkunden verkaufe? Weil du sagst, was ist der Vorteil vom Warehouse? Oder müsste ich denn wirklich anfangen, in Brasilien zu produzieren? Also du kannst es in Brasilien produzieren, wenn du zum Beispiel Klamotten produzierst, in Portugal zum Beispiel. Dann ist das im Zweifel günstiger, wenn du sie in Brasilien produzierst, aufgrund der Löhne. Sprich, ich würde mir dann auch einen Supplier suchen in Brasilien und wenn du eine Firma dann dort gründest in Brasilien, dann ist das gar kein Problem mit Steuern und so weiter. Die Steuern sind hauptsächlich da, um das Land zu protecten, wie sagt man auf Deutsch? Deutsch abzusichern vor zu starkem Import. Ja, verstehe, verstehe, verstehe. Okay, 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 okay. Das macht Sinn. Gut, wie ist das denn überhaupt kulturell? Also welche Produkte kommen denn in Brasilien überhaupt an? Was wird da gebraucht? Ich kann wahrscheinlich nicht eins zu eins, also ich kann wahrscheinlich nicht eins zu eins ein Produkt nehmen, was in Europa gut funktioniert und das wird in Lateinamerika auch gut funktionieren. Also bei solchen Sachen, Apps und Spielen, da ist es tatsächlich so, also die Spiele, die in den USA gut gehen, die in Europa gut gehen, die gehen sehr oft auch sehr gut in Brasilien, weil die Audience auch extrem divers ist. Also wir haben League of Legends, YouTuber unter unseren Influencern, genauso wie Beauty natürlich. Also bei vielen Produkten ist es tatsächlich so, dass die, wenn sie in Europa gut funktionieren oder in Südeuropa, funktionieren sie auch sehr gut in Brasilien, weil es eine ähnliche Kultur ist. Es gibt aber tatsächlich so ein paar Unterschiede. Also mein Lieblingsbeispiel ist Zahnhygiene. Die Brasilianer sind verrückt nach weißen Zähnen. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du den Fußballer Roberto Firmino. Wenn du denen so ein Porträtbild von dem anschaust, dann wirst du geblendet von seinen weißen Zähnen. Und das ist wirklich so. Und das hat den kulturellen Hintergrund, dass weiße Zähne in Brasilien für Wohlstand stehen, für Erfolg. Und deshalb sind so Bleaching-Produkte sehr, sehr gefragt gewesen. Und allgemein, also Brasilianer sind sehr darauf bedacht, auf Fashion, auf Beauty. Und so ein Nischenprodukt für E-Commerce könnte zum Beispiel sein, sowas wie Curly Hair. Weil Brasilien ist extrem divers. Also du hast Einwanderer von Portugal. Es gibt ganze deutsche Dörfer übrigens, ganz witzig. Es gibt so ein deutsches Oktoberfest. Aber auch aus Japan und so weiter. Und das heißt, du hast sehr viele verschiedene Haut- und Haartypen. Und das sieht man auch sehr stark. Also so eine Marke wie L'Oreal, die geht in Brasilien nochmal deutlich mehr auf die Diversität ein, als es eh schon in Europa tut. Weil es eben so viele verschiedene Körper-, Haut-, Haartypen dort gibt. Also ja, sowas wie, was ich da raushöre, weil sowas wie Zahnpflege weiße Zähne, das ist ja was, wo man als Europäer nicht sofort denkt, wenn man denkt, welche Produkte passen gut nach Brasilien. Also was ich so durchhöre, ist Kultur dort zu verstehen und zu verstehen, welche Produkte dort gefragt sind. Wenn es dort ein Match gibt, mit Marketplace rübergehen, schauen, ob das Ganze skaliert und dann eventuell Warehouse und dort auch einen Supplier finden und so weiter. Also es scheint mir ein mutiger Schritt zu sein, aber es scheint mir ein Schritt zu sein, der sich auch so sehr stark lohnt. Weil da können wir nochmal auf die andere Seite angehen. Wie ist denn dort die Zusammenarbeit mit Influencern und warum sind Influencer so stark oder warum würdest du die Zusammenarbeit mit brasilianischen Influencern empfehlen? Also auch da spielt die Kultur wieder eine wichtige Rolle. Also Brasilien ist extrem social in dem Sinne, dass sie sehr, sehr gerne miteinander followen, dass sie gerne Sachen teilen, dass sie Sachen liken. Wir haben zum Beispiel eine unglaublich hohe Engagement Rate. Also wenn du mal bei uns einen Influencer mit vielen Followern vergleichst mit jemandem aus Deutschland oder aus den USA, dann ist die Engagement Rate oft ein vier- oder fünffaches. Also zum Beispiel, wir haben eine Influencerin, Stefane Matos, die hat neun Millionen Follower und hat fünf Prozent Engagement Rate. Das ist eigentlich total crazy, aber das kommt daher, dass die Influencer eine extrem starke Bindung zu den Fans haben in Brasilien. Wir hatten zum Beispiel auch einen Case jetzt, da war es eine Olympionikin, eine Skateboarderin, die innerhalb von Tagen hat sie Millionen von Followern bekommen. Also am Freitag hatte sie 800.000 und am Montag hatte sie, glaube ich, vier Millionen und mittlerweile hat sie sechseinhalb. Also total crazy. Sie hat auch eine Silbermedaille gewonnen, muss man dazu sagen. Also das hat den Hype verstärkt, aber die Brasilianer, die hypen sich dann gegenseitig sehr stark. Also sprich, irgendwie Neymar hat ihr Bild dann geteilt, Bruna Marquezine, das ist ein brasilianisches Topmodel, hat ihr Bild geteilt und so entsteht dann so ein Hype und ich glaube, dass das auch so ein bisschen der Unterschied ist in Deutschland, dass dadurch, dass die Kultur so ein bisschen wärmer ist, dass man sich gegenseitig sehr stark pusht. Ich habe auch noch einen Case, der, glaube ich, sehr interessant ist. Wir haben eine, Reality-Shows funktionieren in Brasilien sehr stark als so ein Hebel und ich sage es dir, also Juliet Freire hat teilgenommen an Big Brother Brasilien 2021, als sie reinging, hatte sie so 3.000, 4.000 Follower und jetzt ein paar Monate später, was schätzt du, wie viel hat sie ungefähr? Wenn die Leakien mehrere Millionen Follower bekommt, dann würde ich auch mal schätzen, 1, 2 Millionen, mal hochgeschätzt. 32. 32 Millionen? Ja. Also bei 210 Millionen Einwohner, das heißt mehr als 10% des gesamten Lands. Ja, guck mal, also ich habe ja gesagt, bei Mobile Penetration liegt bei ungefähr 50%, das heißt 100 Millionen Brasilianer haben ein Smartphone, 80 Millionen davon haben ein Instagram-Account und 75 Millionen davon sind monthly active Instagram-Users. Das heißt, sie sind total crazy auf Social Media. Okay, krass. Okay, ich sehe schon, warum das so gut funktioniert. Okay, wie ist das so allgemein mit den Plattformen? Du sagst, Instagram ist extrem stark aufsichtlich von den Zahlen. Wie sieht es mit TikTok, wie sieht es mit Facebook aus, Snapchat? Ja, also das Witzige ist ja, dass immer wieder so Plattformen kommen und gehen. Also, Hilo habe ich im Vorgespräch schon angeteasert, ist so eine der Plattformen. Quai war auch eine Plattform, die man in Deutschland wahrscheinlich gar nicht kennt. In Brasilien wurde die eine Zeit lang total gehypt, weil die Firmen natürlich auch wissen, wie, was für ein Potenzial soziale Apps in Brasilien haben. Wenn du mich jetzt fragst, was ist die größte Plattform, dann würde ich schon sagen, dass es noch Instagram ist. TikTok ist aber sehr, sehr stark am Kommen. Ist auch einer der Key Markets für TikTok, ganz klar. Facebook ist sehr stark am abnehmenden Ast, gerade für die jungen Leute. Ich meine, das hast du ja auch hier. Zum Beispiel der kleine Bruder von meiner Freundin, der weiß gefühlt gar nicht mehr, was Facebook ist, geschweige denn, dass er einen Account hat. Und ja, also Instagram, TikTok sehr stark. Thriller ist so ein bisschen der schwächere Bruder von TikTok, aber würde ich klar auf TikTok setzen. Und ja, Twitter, da werden manche News bekannt gegeben. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen höher in der Rangordnung als jetzt in Deutschland, aber bei weitem nicht so stark wie TikTok und Instagram. Und ansonsten hast du noch YouTube, das sehr gut funktioniert. Und Twitch auch. Also wir haben zum Beispiel zu dem Geburtstag, zum 11. Geburtstag von AliExpress in Brasilien, haben wir eine mega Livestream-Kampagne geschalten. Der Influencer mit den meisten Followern, der da teilgenommen hat, hatte, ich glaube, 35 Millionen auf YouTube. Also ein echtes Brett. Der ist auch, ich glaube, er ist unter den Top 100 weltweit mit den meisten YouTube-Followern. Und das hat super funktioniert, weil Alibaba dort das Live-Shopping testen wollte. Das ist schon sehr groß in China. Und du merkst, die gehen direkt wieder nach Brasilien, weil sie da austesten, was funktioniert, bevor sie dann noch stärker in Europa und USA investieren. Und ja, da haben wir mal gesehen, was für eine Power auch Livestreaming hat. Also das war die größte Kampagne, die wir bisher auf Twitch hatten. Okay, wow. Ich meine, das ist schon echt krass. Okay, Florian, zum Abschluss. Es scheint mir ein kleiner, abenteuerlicher Schritt zu sein mit einem Riesenpotenzial. Was würdest du denn so als persönliche Frage zum Schluss machen, wenn du jetzt jemand bist hier in Deutschland mit E-Commerce-Erfahrung, vielleicht auch mit einem gut laufenden Shop? Würdest du den Sprung wagen oder würdest du dich voll auf Europa konzentrieren? Also wenn ich digitale Produkte verkaufe, würde ich es ganz sicher wagen. Wenn ich physische Produkte kaufe, dann würde ich mich tatsächlich ein bisschen schlau machen. Was die Challenges angeht, könnt ihr mir gerne auch auf LinkedIn mal schreiben, ganz ohne monetäre Entgeltung. Vielleicht kann ich da ein paar Tipps geben. Ansonsten, es stimmt schon, mit den physischen Produkten ist es ein bisschen schwieriger. Ich würde es tatsächlich, glaube ich, so machen, dass ich die Sachen mal auf AliExpress reinstelle und schaue, was denn da so geht. Ein bisschen Geld in die Hand nehme mit Facebook-Ads oder Google-Ads. Und dann sieht man ja schon, ist das vergleichbar mit Deutschland oder kann ich da sogar deutlich mehr verkaufen? Und ja, so ein bisschen Try and Error. Ich kann das natürlich jetzt nicht so pauschal sagen, aber was ich auf jeden Fall als Takeaway dalassen will, ist, dass es eine unglaubliche Opportunity da ist. Ich meine, schau einfach mal auf die Mobile Penetration Rate. Wenn da jetzt gerade mal 50% ein Smartphone haben, heißt das, dass in den nächsten Jahren die anderen 50% eins kriegen werden. Das heißt, E-Commerce wird noch sehr stark wachsen in Brasilien. Ja, dann danke ich dir für die spannenden Insights, Florian. Das war extrem spannend. Und ich glaube, so bei jedem Unternehmer kribbelt es ein bisschen in den Fingern. Und ich glaube, wenn man es richtig macht mit dem richtigen Produkt, mit der richtigen Vorbereitung und vielleicht auch einen Cashflow aus einem anderen guten E-Commerce-Unternehmen hat, dann kann das eine sehr große Chance sein. Wir machen ja noch eine zweite Folge im Anschluss. Also dir, lieber Hörer, wenn du Lust hast, nochmal ein paar Success-Stories zu hören, bei denen das richtig, richtig gut funktioniert hat, dann hören die nächste Folge rein. Ansonsten, das war übrigens Florians erster Podcast. Ich finde, das hat er fantastisch gemacht. Wenn du das auffindest, dann schreib doch eine Rezession bei iTunes. Gib uns ein bisschen Feedback, den beiden Florians. Und wir hören uns beim nächsten Mal mit der zweiten Episode, wo wir ein bisschen über die Success-Stories sprechen. Bis dahin, dir eine schöne Woche.